Im letzten Video habe ich über die Treiber gesprochen und wieso es wichtig ist, Ihnen einen Erlauber an die Seite zu stellen. Heute möchte ich auf die Erlauber eingehen, weil es ist gar nicht so klar, warum diese Erlauber uns so gut tun, wenn wir sie anwenden. Das hat mit deiner Kindheit zu tun. Welches Wort hören wir als Kind am häufigsten? Vielleicht weisst du es, es ist das Wort Nein. Das Wort Nein heisst, das kannst du noch nicht. Nein, das darfst du jetzt nicht. Nein, nicht auf diese Seite. Nein, jetzt machen wir etwas anderes. Nein, das bekommst du jetzt nicht. Und das hören wir so oft, dass es in manchen Situationen innerlich wie so zu einem Selbstläufer wird, dass wir uns gar nicht erlauben, einfach mal auszuspannen, einfach mal zu sein, einfach mal etwas gemütlich zu machen. Dass diese innere Antreiber uns so ständig durchs Leben hetzen, wir gar nicht auf die Idee kommen, dass wir es ja eigentlich sind, die uns erlauben können, es anders zu machen. Und aus diesem Grund sind diese inneren Erlauber so wichtig. Mein Vorschlag, schau doch mal, wo du dir zu wenig erlaubst im Leben und schreib dir ein paar Erlauber auf, mit welchen du dann dein Leben positiv beeinflussen kannst. Denn so kommst du immer wieder auf eine gute Art zurück in den Flow, in den Lebensfluss. Das Leben wird leichter und einfacher. Ja, das war's für heute. Bis bald, deine Anjali. Tschüss. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib mir doch ein Like und abonniere meinen Kanal AnjaliTV, indem du hier auf diesen Knopf drückst. Ich würde mich freuen, wenn ich dich auf diese Weise weiterhin ein Stück begleiten dürfte. Bis bald, deine Anjali. Tschüss. Musik 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 Musik